Wir sind aktiv, haben wir vor, aber wir haben uns jetzt gut und wir sind natürlich so motiviert für die Arena. Alle Paare sind bereit. Geräuschen Applaus für mein nächster Team. Getschen aus dem Getschen Race, das ich jetzt der Herausforderung, Getschen Champion. Ja, ich mache gerne mal weiter mit dem 16-Platzierten aus Israel. Das ist immer geringer als Sub-Zella. Auf der 15. Diogo Vieira aus Porto. Das ist immer geringer als Sub-Zella. Das ist immer geringer als Sub-Zella. Das ist immer geringer als they das. Was für ein Startputz-Hinnere, wo viel Schnellmann die bitte wieder unterwegs ist. Und sie sind unterwegs in den Jetsen-Mallen. Und sie sind unterwegs in den Jetsen. Die Flügel ist in der Nähe des Flügel. Gehteeey! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, wir schauen mal auf die Schnee in die Stadt. Wir machen nicht. So, wir schauen mal auf die Schnee in die Stadt. Auf den Weg nach drüben. Die Atel dürfen wieder gedreht werden. So, wir schauen mal auf die Schnee in die Stadt. So, wir schauen mal auf die Schnee in die Stadt. BIRDS CHIRP WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mit Breitmoor, macht's egal auf dem Weg. Letzte Runde, fertig! Letzte Runde, die Mehrheit, wenn wir in Lütschütz! Applaus 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 Wo technisch? Wo technisch? Wo technisch? Ziemlich oben, so wie es aussieht. So, jetzt bin ich gespannt. Krämpft sich jetzt, wie wollt, hier alleine nach oben? Ja, das ist ja auch für den Sox. Knapp, nicht so einfach für den Sox, die Kappen-Toppelradio in der Runde 1 zu bewältigen. Also, hat sich der Engländer da jetzt schon vorbeigeschoben. Die Kappen-Toppelradio in der Runde 1 zu bewältigen. Der Charakter, der auch diese Frontalne sehr bestärkt. Ja, hier, meine Herren, der Rundfunker, der ist der beste Schatzverein. Er fährt in der Tour. Sie sind draußen hier und vorbeigern. Ausgaben in den Rundfunkern für die 3-1-4. Das sind die letzten Männer. Und die sind nicht einfach vor der Perfect Season. Marnie! Marnie! Auch, Marnie, eure Rundfunkern hier an der letzten Sektion. Den Griesbach! Das ist schwer! Oh, das ist schwer, das ist schwer. Wie schwierig ist diese letzte Auffahrt jetzt nochmal? Marnie! Mit eurer Unterstützung schafft er das! Und was ist der letzte Vorapplaus? Die Griesbach! Einer der tücklichsten! Die letzte Auffahrt der Griesbach! Und jetzt aber Schwung holen! Freunde! In der Tour participate! Einer der Reihe! Und jetzt auch sich die erst mal in den ersten Sektion sicher zum Applaus hinhaben! Die Gäste! Und Sie auch hier in der Engelst geliehen! Und die Gen ㅇ做! Die G вер darf. Hier kommt der 2. Partierte wieder über uns. Der neue Versuch der wir, das Leben schwer zu machen. Und der Kripp-Partierte war der Stanz. Aber wir sind völlig egal. Achtung! Letzte Auffahrt für den 2. Partierte. Scharker zum ersten Versuch. Wir müssen die Kripp-Partner aufsetzen. Wir werden all speed von der Sektion. Marni hat ja auf Kuh und Anlauf drehen müssen. Um wieder hoch zu kommen. Das hat aber jetzt gehe ich. Das Team geht zu gut. Willi-Moh. Wollt uns den 4. Wollt uns den 5. 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 Wollt uns den edificen. Willi! Scheiße B! Schro Willi! Euro wird gleich mit 300 PSL. Achtung, Oli! Ist okay, aber schnell kann er doch! Und vor dem Wien, das Sieger-Kollekt, wie ein Haufen-Sport-Leute! Der Polkohase, die ist der ganze Weg! Die bin mit, ihr zreckt das bei! Wie bei der Schiffskaufe! Ihr taucht nicht auf, ihr habt einen Mahli! Ich mach den letzten Meter einfach! Für den Sportler! Und dann ist hier schlicht und schacht in Sachen Podiumstation! Den letzten Meter! Und jetzt schreit es noch einmal um den... ...und jetzt... ...Manoel... 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 ...i wanna hoch! ...I'm playing for... ...diesmal nur aber auch ein ganzes Spielhubs! ...aber inklusive von Mariel Rüchner und Billy Bones... Und jeder wird gefeuert, bitte zu uns! Das war der Mannen! Das war der Mannen!